Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Ludenberg. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 61 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 950 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017